Wenn man sich überlegt, wie veränderte Lernkultur auf der einen Seite und digitale Medien auf der anderen Seite zusammenhängen, dann glaube ich, ist die erste Antwort, dass es ganz direkt einen Zusammenhang erstmal gar nicht gibt. Weil ich mir natürlich überlegen kann, dass ich auch die alte, die traditionelle Lernkultur mit digitalen Medien ganz genauso verankern kann. Also um ein Beispiel zu machen, wenn ich früher die Situation hatte, es geht im Geschichtsunterricht um französische Revolution und dann ist es entweder so, dass die Lehrkraft sich vorne hinstellt und über die französische Revolution berichtet und danach wird ein kleiner Test geschrieben, ob die Schülerinnen und Schüler das auch alles verstanden haben. Oder vielleicht nimmt man noch ein Buch dazu und da werden dann verschiedene Quellen durchgeguckt. Aber auch alles ist quasi auf so eine inputorientierte, vermittelnde Rolle. Und die Lernenden nehmen sozusagen konsumierend auf, was eben ihnen an Lerninhalten präsentiert wird. Und so eine Art des traditionellen Lernens kann ich natürlich mit digitalen Medien auch ganz genauso machen. Also ich kann mir vorstellen, statt dass ich dann jetzt eben einfach ein Buch habe oder die Lehrperson vorne ist und diese Information zur französischen Revolution weitergibt, kann ich auch eine App programmieren. Und in diese App kommen dann eben einfach die verschiedenen Inhalte rein. Die werden durchgegangen von den Lernenden. Auch da ist es dann sehr konsumierend. Und am Ende ist sowas, dass zum Beispiel noch eine kleine Abfrage stattfindet und dann kann man gucken, habe ich das jetzt auch tatsächlich verstanden. Aber das Lernen an sich ist dann nicht so viel anders geworden. Vielleicht mit dem einzigen Unterschied, dass es ein bisschen weniger Aufwand sein kann für Lehrkräfte und vielleicht auch für die Lernenden so ein bisschen. Sie haben ein bisschen stärker ein selbstorganisiertes Lernen, weil sie sich auch selbst kontrollieren können. In dieser App habe ich das jetzt verstanden. Aber so ein wirklich grundsätzlicher Unterschied ist das nicht. Aber ganz genauso können digitale Medien eben auch als ein Katalysator wirken, um diese neue Lernkultur voranzubringen. Und dafür sind dann eben offene Web-Tools eine sehr, sehr spannende Sache. Und um das deutlich zu machen, was damit gemeint ist, kann ich einfach ein Beispiel offenes Web-Tool aufgreifen, was hier auch im Kurs vorgestellt wird, nämlich das Etherpad. Und das Etherpad hat jetzt eine ganz andere Anlage als so eine programmierte App zu der französischen Evolution, wo der Lernweg und auch die Lerninhalte ganz klar vorgegeben sind. Stattdessen ist es einfach, das kann man ja dann im Kurs sich auch genauer angucken, eine kollaborative Schreibumgebung, wo erstmal gar nichts steht oder wo eine kleine Vorstrukturierung gemacht ist von der lehrenden Person und wo Lernende dann beginnen können, für sich dieses Tool zu nutzen und eben für ihren Lernprozess es zu gestalten. Und da sind dann eben solche Sachen möglich, weil alle in diesem Etherpad schreiben können, die über den Link verfügen, dass man anfängt mal zu sammeln, was sind hier unsere wichtigen Fragen, wie wir das in der Forscherzeit kennengelernt haben als ein Beispiel oder eben auch in der Projektarbeit. Und dann ganz genauso auch die ersten Antworten, die man findet, dort eingetragen werden und das Ganze eben auch auf eine sehr kollaborative Art und Weise funktioniert. Also da sieht man, anders als eine fertig programmierte App mit einem bestimmten Inhalt, der da ist, ist hier das Etherpad eine Möglichkeit, dass es tatsächlich zu einer veränderten Lernkultur kommt. Und die These ist eben, dass diese veränderte Lernkultur durch dieses offene Web-Tool noch mal viel besser umgesetzt werden kann, als das ohne dieses Web-Tool der Fall gewesen wäre. Es ist natürlich erstmal, gerade wenn man sich selbst als Lehrperson nicht unbedingt als technisch affin empfindet, nicht so einfach zu sagen, ich will dann jetzt tatsächlich eine veränderte Lernkultur machen und dazu auch noch digitale Medien nutzen, um eben diese veränderte Lernkultur ganz besonders gut durchzusetzen. Aber auch da kann man, glaube ich, so ein bisschen beruhigen, weil ähnlich wie wir das gesehen haben, dass eben bei einer veränderten Lernkultur die Lehrenden überhaupt gar nicht die Expertinnen und Experten für alles sein müssen, so ist es eben dann auch bei der Verwendung der Tools, also bei den digitalen Medien, die in diese veränderte Lernkultur dann mit reingenommen werden, so, dass nicht die Lehrenden ganz genau wissen müssen, wie das alles funktioniert, sondern man kann das ganz genauso auch versuchen, das kollaborativ und gemeinsam auszuhandeln und sich anzugucken und zu gestalten. Und da ist es hier in dem Kurs, dass wir eine Methode vorstellen möchten, die sich die Digital Sandbox Time nennt. Und wie der Name schon sagt, Digital Sandbox Time, gemeint ist damit also so ein bisschen eine digitale Sandkistenzeit, also ein bewusster Zeitrahmen, den man sich nimmt in der Lerngruppe unter Beteiligung auch der Lehrenden, wo man ein bisschen ausprobiert, was kann denn jetzt dieses Tool, was könnten wir dann damit machen und am Ende dann zusammenfasst und sagt, ja, das wären jetzt vielleicht Möglichkeiten, wie wir uns vorstellen könnten, dieses Tool dann zu nutzen. Und da steckt dann eben alles drinnen, dass eben Lernende und Lehrende das gemeinsam machen, sich auch gemeinsam überlegen, wie kann denn diese Lernumgebung gestaltet sein und darin dann auch tatsächlich die veränderten Lernprozesse stattfinden können.